ja meine damen und herren herzlich willkommen zurück zu teil 2 von mafia 3 faste baby töte die anführer des saufen union schön sind sie wieder mit dabei so jetzt ich denke wir nehmen zuerst den da drüben oder sind zwei überrascht mich dass du uns noch nicht beigetreten bist ich hab's nicht so mit beitreten macht ihr euch keine sorgen über die richtung in die dieses land sich entwickelt dieser ganze bürgerrechts scheiß schätze schon dann unterschreib bei uns hilf uns die fahne hochzuhalten oder willst du etwa in einer welt leben in der die weißen bürger zweiter klasse sind nein so aber ich bin mir nicht sicher da brauchst du dir auch nicht sicher zu sein gibt der southern union mal eine chance was kann denn schon groß schief ich mache das anders und irgendwas ist immer okay 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 reagiert gut der kommt in diese richtung scheiße 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 ja jetzt und jetzt cool was ist der andere hier oh 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 oh. Yes. Haben wir, haben wir. Wie viele? Eins, zwei, drei, vier. Und... als er wieder da war fing er an sich mit einem farbigen flittchen aus der stadt rumzutreiben was zur hölle man den jungen hat sie so verdreht dass er hier am ende wahlwerbung für kennedy gemacht hat kennedy wie lang kennst du ihn seit der zweiten klasse ich weiß nicht seit dem krieg ist er irgendwie anders verstehst du der krieg kann ein blöd machen im kopf ich sag dir was du bürgst für den kerl und dann können wir beide ihm mal ein bisschen ins gewissen reden die drei erinnern die man die dinge hier so erledigt bevor noch jemand verletzt wird na komm na komm cool cool 1, 2, 3, 4 4, 5 Das sind 2, 1, 1 Okay Geh, 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 geh Los, 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 los Das war knapp Wir nehmen die Ich habe Sichtkontakt zum Verdächtigen Ach was Nummer 2 Wo bist du? Wo bist du? Dort Oh ja, das bin ich Er ist noch hier Ja Aber du weißt nicht, wo ich bin Die feige Ratte hat sich aus dem Staub gemacht Kommt her, ich sehe Ah, ah Und bye bye Wir nehmen Den Den Der ist da Oh Okay Na komm, na komm Okay Dort ist der nächste Dann schleichen wir uns Von hinten ran Am besten von da So Flour Fresh Fruits Tomatoes Tomatoes Melons Sweets Corn Kuckuck Kuckuck Kuckuckuck Kuckuck 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 Nein, 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 nein! Weg, 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 weg! Das war knapp. Gut, gut, läuft, läuft! Okay, wir haben alle! Cool, cool! Haben wir da noch etwas zum einsammeln? Nee, okay! Okay, ich brauche ein Auto auf der Farm. Ich brauche ein neues Auto. Ich gehe noch eben pissen, dann bringe ich ihn raus zu dir. Uh, dankeschön! Ich habe hier einen Wagen für dich. Das ist eine große Hilfe. Los geht's! Wuhu! Cool! Moment, ich brauche Medis! Medis, wo sind die Medis? Jetzt nicht hier, sondern drinnen. Hier. Denk ich mal. Ja. Okay. 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 weiter. So, das machen wir. Das machen wir. Hier. Noch einmal. Nein, lassen wir das, sonst sterben wir noch. So. So. Warum sind die Strassen so leer? Sonntagsfahrer oder was? Weg da! So. Prediger. Wir sind da. Alles erledigt. gut. Er ist schon wieder am beten. Wir lassen ihn kurz. Bis er fertig ist. Bis zum nächsten Mal. Okay. Vielen Dank. Okay. Ich glaube, Sie haben das Licht gesehen. Sie meinen, Sie haben ihn den Arsch versohlt. Ich danke Ihnen und danke an Lavo dafür, wer hier den Leuten hilft. Ihr Wort in Gottes Ohr. Gehen Sie in Frieden, Mr. Clay. Genau. Danke dir. So, Leute. Haben wir auch abgeschlossen. Ruhe in Frieden, Prediger. So. Wir ziehen weiter, nämlich zur Witwe. Aber, Leute. Wie wir die nächste Mission machen, sehen wir in der nächsten Folge. Aber ich denke, nicht mehr heute. Ja, ich hoffe, es hat euch Spass gemacht beim Zusehen, beim Zuhören. Und ich würde mich freuen, wenn wir wieder zusammen zocken. Und ja. Ich denke, das schaffen wir noch zusammen, bis wir dann effektiv fertig sind mit dieser Story-Mission oder dieser Neben-Mission. Und ja. Und ja. Haut rein. Ich bin weg. Euer Wrestler 1973. Hell yeah. Und bye-bye.